In Indien sind Dutzende Menschen verletzt worden, als zwei Elefanten aufeinander losgingen. Die beiden Tiere waren bei einem hinduistischen Fest in Rage geraten. Ein älterer attackierte einen jüngeren Bullen und es entbrannte ein heftiger Kampf. Schließlich jagte einer der tonnenschweren Kolosse den anderen durch die Menge. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, als sie vor den wütenden Dickhäutern flohen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017